Hallo, willkommen im Winkhaus Portal. Lernen Sie hier die neuen Online-Services kennen und erfahren Sie, warum Sie Ihnen als Fachhändler das Leben leichter machen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Eines ist für Ihre tägliche Arbeit sehr wichtig, stets bestens informiert zu sein. Genau die Produktinformationen, die Sie benötigen, immer dann verfügbar, wann Sie sie benötigen und immer auf dem neuesten Stand. Das bietet unser Online-Produktkatalog. Wir haben alle unsere Artikel aus den drei Produktbereichen für Sie in einem übersichtlichen Online-Katalog zusammengestellt. Die Facetten- und Freitextsuche hilft Ihnen dabei, immer das zu finden, was Sie suchen. Die Zeiten, in denen man mühevoll in den gedruckten Katalogen nachschlagen musste, gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Hier sind alle Produktinformationen immer aktuell. Da können Sie sich sicher sein. Das bedeutet, Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob der vorliegende Katalog dem neuesten Stand entspricht. Es gibt hier technische Informationen, Produktbilder und Beschreibungen. Alles ist nur eine kurze Suche entfernt und kann von Ihnen bei Bedarf auch heruntergeladen werden. Selbstverständlich können Sie diese Daten auch an Dritte weitergeben. Alle Informationen im Online-Katalog sind übersichtlich und sinnvoll strukturiert und außerdem in unterschiedlichen Landessprachen verfügbar. Das Besondere ist auch, dass er nicht für sich steht, sondern mit unseren zahlreichen weiteren Services verknüpft ist. Alles wird aus einer Quelle gespeist und Sie können sicher gehen, dass man überall mit den gleichen Daten arbeitet. Die Informationen in unserem Online-Katalog sind so aktuell und detailliert, dass auch wir bei Winkhaus ihn bei der täglichen Arbeit nutzen, um beispielsweise technische Spezifikationen zu Artikeln zu finden. Und ein kleiner Extra-Vorteil für Sie als Fachhändler. Wenn Sie einen eigenen Online-Shop betreiben, besteht die Möglichkeit, dass Sie unsere Daten und Artikelbeschreibungen für Ihren eigenen Shop einfach übernehmen können. Alles mit nur wenigen Klicks. Das ist also der Online-Katalog im Winkhaus Partnerportal. Alle Informationen zu jedem Artikel von Winkhaus gesammelt an einem Ort. Jederzeit online verfügbar und zum Download bereit und dabei immer auf dem neuesten Stand. Es gibt also viele praktische und kostenlose Services im Winkhaus Partnerportal, die Ihre tägliche Arbeit effizienter und einfacher machen. Und dadurch, dass wir das Portal und seine Funktionen ständig weiterentwickeln, sind Sie auch für die Zukunft bestens gerüstet. Melden Sie sich noch heute an und überzeugen Sie sich selbst.